Diese veröffentlichten Files da mal angeguckt und habe mich gewundert, dass die in meinen Augen doch relativ harmlos sind. Also die sind nicht ganz so schlimm, wie man es eigentlich erwartet hätte. Und deswegen bin ich da absolut skeptisch. Solange ich nicht genau weiß, was da an Wahrheit drinsteckt, solange werde ich die nicht als die endgültige Lösung da akzeptieren. Dass wir eben in einer Welt leben, in der alles inzwischen zu 99,9% manipuliert ist. Also wir können uns auch nicht darauf verlassen, dass wenn ein Gericht an diese Files dann rausgibt, dass es sich dann tatsächlich um die Original-Files handelt. Wir wissen ja, dass die Justiz in den letzten drei Jahren sehr von der Politik geführt wurde und sich der Politik total untergeordnet hat. Aber man weiß also, dass inzwischen in der Bevölkerung doch eine große Unruhe besteht. Es gibt sehr viele Leute, die erstens anzweifeln, ob es richtig damals gewesen ist, sich diesen medizinischen Maßnahmen zu unterwerfen. Und es gibt ganz viele Leute, die inzwischen mitbekommen haben, dass diese medizinischen Maßnahmen Folgen haben, die ihnen damals vorenthalten wurden, teilweise verehrende Folgen haben. Und deswegen ist natürlich sehr viel Unruhe in der Bevölkerung. Und da muss man natürlich gegensteuern. Und das Wichtigste für die Politiker ist, dass sie sich selber da reinwaschen müssen. Und genau das tun sie auf diese Art und Weise, meiner Meinung nach. Was sind die großen Medien heute? Das sind die großen sozialen Netzwerke. Und in wessen Hand sind die? Die sind in der Hand der großen IT-Konzerne. Und wer sind deren Hauptaktionäre? Die großen Vermögensverwalter der Wall Street. Aber auch die klassischen Medien. Die Washington Post gehört zum Beispiel niemand anders als Jeff Bezos, dem Chef von Amazon. Vielleicht sagst du nochmal ganz kurz in dem Kontext, was steht denn überhaupt in diesen RKI-Files drin? Also worum geht es? Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein Name ist John Schumann und ich interviewe heute Ernst Wolf. Wir sprechen heute über die RKI-Files und was es da für neue Enthüllungen gibt. Ernst Wolf kennt die meisten Zuschauer wahrscheinlich. Er ist Journalist, Buchautor, Speaker und schaut halt dorthin, wo viele andere nicht hinschauen und bereitet dieses Wissen oder diese Informationen für uns auf, die nach der Wahrheit suchen sozusagen. Und ja, deine Gebiete sind so Finanzen, Politik, aber auch diese ganze C-Geschichte, die auch damit verbunden ist, sehr, sehr eng. Und du hast gesagt, lass uns doch über die RKI-Files sprechen. Da würde ich sagen, Ernst, was sollte man diesbezüglich wissen? Was sind so deine neuesten Erkenntnisse? Ja, das ist ganz interessant. Also bei den RKI-Files ist es ja so, dass Paul Schreier, der ja sehr bekannt geworden ist durch seinen Auftritt über das Event 201, also der hat da ein Video gepostet mal, was ich glaube über eine Million mal gesehen wurde, wo er mal auseinandergenommen hat, was beim Event 201 passiert ist, dass das also eine Vorwegnahme der Pandemie gewesen ist. Und dieser Paul Schreier, der hat jetzt geklagt auf Herausgabe der RKI-Files, weil die ja geschwärzt herausgegeben wurden. Man wusste ja zum großen Teil nicht, was drinsteht. Während dieses Verfahren läuft, ist nun angeblich ein Mitarbeiter des RKI an eine Journalistin hier in Berlin herangetreten und hat der diese Files zugespielt. Und diese Journalistin hat dann zusammen mit einem Professor aus Hannover und einem, ich glaube Sozialarbeiter, eine Pressekonferenz einberufen und diese Files der Öffentlichkeit vorgestellt, aber zu keinem Zeitpunkt irgendwie angezweifelt, dass diese Files vielleicht gar nicht die richtigen sein könnten. Jetzt kommt heraus, dass ein Journalist aus, ich glaube Hamburg, Tom Lausen, herausgefunden hat, dass zumindest ein Teil dieser Files bearbeitet worden ist. Also es ist nicht auszuschließen, dass es sich bei diesen ganzen Files auch um bearbeitete Files halten. Und ich bin ganz oft gefragt worden in den letzten Wochen, warum hast du dich dazu nicht geäußert? Also ich habe mich dazu bisher nicht geäußert, deswegen, weil ich da immer sehr, sehr skeptisch bin, wenn irgendjemand irgendetwas liegt. Da muss man wirklich warten, da muss man abwarten, da muss man Zeit vergehen lassen, das muss man alles prüfen. Und das hat ja jetzt inzwischen Tom Lausen gemacht und er hat ja inzwischen herausgefunden, dass es sich wohl nicht um die Originalfiles handeln könnte. Also deswegen, solange ich da nicht sicher bin, werde ich mich auch dazu nicht äußern. Übrigens, ich äußere mich auch nicht zu Themen medizinischer Art. Ich habe mich auch in der Corona-Krise nie zum medizinischen Problem geäußert, sondern das Ganze nur groß eingeordnet in ein viel größeres Ganzes. Und da habe ich eine ganz klare Meinung gehabt. Ich habe damals gesagt, es ist ein finanzfaschistischer Kuh und bei dieser Einschätzung bleibe ich auch bis heute. Und damit hast du ja auch recht behalten, würde ich sagen, wenn man sieht, was jetzt so ans Licht gekommen ist, was du auch damals schon gesagt hast. Also da ist ja vieles davon eingetroffen. Das ist wahr, ja. Okay. Also du sagst eventuell, die RKI-Files, die quasi uns jetzt öffentlich präsentiert wurden, sind gar nicht die originalen RKI-Files sozusagen. Das ist ganz einfach so. Ich versetze mich in die Lage derer, die da wirklich Schuld auf sich geladen haben. Und was würde man an deren Stelle wohl machen, wenn ein Gericht dabei ist, zu prüfen, ob die Originalfiles dann herausgegeben werden und diese Originalfiles mich dann ganz hart belasten würden. Was würde ich dann machen? Ja, ich würde irgendjemandem sagen, gib irgendwas ein Leak raus und das bearbeiten wir vorher, damit das Ganze wesentlich harmloser wirkt, als es in Wirklichkeit ist. Weil ich habe mir teilweise auch diese veröffentlichten Files da mal angeguckt und habe mich gewundert, dass die in meinen Augen doch relativ harmlos sind. Also die sind nicht ganz so schlimm, wie man es eigentlich erwartet hätte. Und deswegen bin ich da absolut skeptisch. Ich kann natürlich nichts beweisen. Aber solange ich nicht genau weiß, was da an Wahrheit drinsteckt, solange werde ich die nicht als die endgültige Lösung da akzeptieren. Ja, und was gibt es für Möglichkeiten oder für Optionen, damit umzugehen? Ja, man muss jetzt erst mal warten, was das Gericht da weiter entscheidet. Ich glaube, Paul Schreier ist da auch wieder abgerückt. Also Paul Schreier, das Interessante ist, dass Paul Schreier, der dieses Verfahren da eingeleitet hat, der hat sich am Anfang beschwert, hat einmal geschrieben, also was soll das, dass ihr das da veröffentlicht? Ich habe doch das Gerichtsverfahren laufen. Ist dann anschließend wohl mit auf den Zug aufgesprungen, weil er wohl geglaubt hat, dass es möglicherweise sich um die Echten handelt, ist aber jetzt wohl auch wieder von seiner Meinung da abgerückt. Also da ist ein großes Hin und Her. Und das Ganze zeigt mir nur, dass wir eben in einer Welt leben, in der alles inzwischen zu 99,9 Prozent manipuliert ist. Also wir können uns auch nicht darauf verlassen, dass wenn ein Gericht an diese Files dann rausgibt, dass es sich dann tatsächlich um die Originalfiles handelt. Wir wissen ja, dass die Justiz in den letzten drei Jahren sehr von der Politik geführt wurde und sich der Politik total untergeordnet hat. Und wir wissen ja, dass wir alle voll und ganz in der Hand der digitalen Sphäre inzwischen sind und dass man da machen kann, was man will inzwischen. Also ich würde da alles heute mit sehr großer Vorsicht betrachten und immer darauf warten, ob ich da irgendwas verifizieren kann oder nicht. Vielleicht sagst du nochmal ganz kurz in dem Kontext, was steht denn überhaupt, sage ich mal, in diesen RKI-Files drin? Also worum geht es? Welche Kommunikation wurde dort festgehalten? Es geht darum, dass es nicht nur um medizinische Sachen ging, sondern dass die Politik die Medizin da angeführt hat. Also offensichtlich haben viele Leute im RKI viele der Maßnahmen für falsch gehalten oder auch zumindest angezweifelt, also dass Masken tragen, die Lockdowns und so weiter. Aber das ist alles übergebügelt worden von der Politik. Die Politik hat einfach gesagt, wir müssen das machen. Das ist politisch notwendig, weil unser Volk eben so dämlich ist, dass es sonst also sich nicht selbst schützen kann. Offensichtlich waren viele der Mediziner im RKI der anderer Meinung. Aber leider muss man sagen, also sehr viele Menschen sind da sehr folgsam, wenn sie großen Druck von oben bekommen. Und dieser Druck hat sich damals wahrscheinlich ausgezahlt und viele Leute sind dann innerhalb des RKI wohl auch umgekippt. Und deswegen stellst du die These auf, dass es so sein könnte, dass das, was wir bekommen haben, nicht das Original ist, einfach damit auch, sage ich mal, Leute aus der Politik dadurch nicht noch stärker angegriffen werden, als sie es bisher schon jetzt, also nicht noch mehr ins schlechte Licht gerückt werden dadurch. Ja, ist ja ganz klar. Also wir haben ja jetzt erlebt, dass zum Beispiel Herr Kubicki eine Marionette der FDP verlangt hat, dass Herr Lauterbach, also eine Marionette der SPD, zurücktritt. Also da hat sich wohl also einiges entzündet an diesen Leakpapieren da. Und das bedeutet natürlich, dass man da auch ein bisschen gegensteuern muss. Und vielleicht waren die Papiere schon eine Vorwegnahme des Ganzen, weil man weiß also, dass inzwischen in der Bevölkerung doch eine große Unruhe besteht. Es gibt sehr viele Leute, die erstens anzweifeln, ob es richtig damals gewesen ist, sich diesen medizinischen Maßnahmen zu unterwerfen. Und es gibt ganz viele Leute, die inzwischen mitbekommen haben, dass diese medizinischen Maßnahmen Folgen haben, die ihnen damals vorenthalten wurden, teilweise verehrende Folgen haben. Und deswegen ist natürlich sehr viel Unruhe in der Bevölkerung. Und da muss man natürlich gegensteuern. Und das Wichtigste für die Politiker ist, dass sie sich selber da reinwaschen müssen. Und genau das tun sie auf diese Art und Weise, meiner Meinung nach. Also ich sage nicht, dass es so ist, aber ich sage auf jeden Fall, es kann so sein und ich kann nichts anderes beweisen. Und deswegen halte ich mich da zurück und bin da relativ vorsichtig, stelle aber in den Raum, was tatsächlich da im Hintergrund passiert sein könnte. Du hast gerade die Unruhen angesprochen. Wenn ich das jetzt so in meiner Wahrnehmung sehe, sind die Unruhen oder die Unzufriedenheit oder, sage ich mal, die Wut oder der Zorn eigentlich noch sehr gering für das, was da wirklich abgelaufen ist. Selbst wenn man davon ausgeht, dass das, was in den RKI-Falls steht, nicht wirklich das ist, wie es war, aber trotzdem hält sich das Ganze ja in Grenzen, oder? Ja, die meisten Leute haben eben noch nicht den wirklichen Durchblick. Also ganz viele Leute sehen ja auch die Folgen dieser Maßnahmen, die da getroffen wurden, was den Leuten da injiziert wurde, sehen das dann im familiären Kreis oder im Freundeskreis, kriegen dann ihre Zweifel daran, denken aber, dass sie mit ihrer Kritik da irgendwie noch weitgehend allein sind. Weil sie ja ständig bombardiert werden von den Mainstream-Medien, die ihnen ständig erklären, also es waren eigentlich richtige Maßnahmen. Jetzt gerade gestern ist ja veröffentlicht worden, auch im Lancet, dass Millionen von Leben angeblich gerettet wurden dadurch. Also da ist eine richtige Riesenoffensive im Moment im Gang, die die Leute natürlich auch verunsichert. Aber ich weiß nur, aus meiner eigenen Familie, aus dem eigenen kleinen Kreis, dass da mehrere Fälle aufgetreten sind von ganz heftigen Neben- und Nachwirkungen dieser medizinischen Maßnahmen und dass da sehr viele Leute in meinem direkten Umfeld, die damals wirklich geglaubt haben, dass sie sich was Gutes antun, dass die das heute nie mehr wieder mitmachen würden. Also ich bin sicher, dass da unter der Oberfläche es ganz gewaltig brodelt und nicht nur in meinem Umfeld, sondern im ganzen Land. Du hast gerade das Lancet angesprochen, das galt ja früher auch so als eins der Top, sage ich mal, wissenschaftlichen Journale. Aber es scheint ja auch gewissen Einflüssen zu unterliegen, wenn ich das jetzt so höre. Das Lancet genauso wie die WHO, genauso wie das RKI und so weiter. Das große Problem der Wissenschaft in unserer Zeit ist, dass die Wissenschaft großenteils abhängig ist von großen Geldgebern. Also die Wissenschaft hat heute ein Niveau erreicht. Das geht nicht mehr wie früher, wo ein Herr Lavoisier da in seiner Küche irgendwelche Versuche durchgeführt hat oder wo ein Thomas Alpha Edison zu Hause mal ausprobiert hat, welcher Draht dann möglicherweise elektrische Leitungen weitergeben könnte oder wie man den Schall irgendwie einfangen könnte und den dann weitergeben könnte. Also das geht heute nicht mehr. Heute braucht man also unglaublich viele Geräte. Heute ist man auch der Digitalindustrie voll und ganz ausgeliefert, weil die ja die ganze Wissenschaft weitgehend beherrscht. Also man da ist da in den Händen von großen Geldgebern und von denen, die die digitale Sphäre beherrschen. Und natürlich ist man denen dann und deren Willen dann auch unterworfen. Und du hast gesagt, es brodelt unter der Oberfläche noch so ein bisschen. Aber kannst du dir vorstellen, dass es auch da, sagen wir mal, eine richtige Eskalation gibt? Weil ich kann es mir theoretisch nicht vorstellen, dass jetzt, man sagt ja auch so, der deutsche Michel da jetzt nochmal auf die Barrikaden geht, sondern ich habe das Gefühl, die Leute sind vielleicht ein bisschen unzufrieden, aber schlucken das dann runter und da passiert nicht mehr viel. Wie sind deine Wahrnehmungen? Na, wir werden es ja sehen. Also im Moment wird ja versucht, mit einer neuen Pandemie wieder aufzuwarten. Also wir wissen ja, dass da mit den Affenpocken jetzt wieder Angst gemacht wird, dass mit der neuen K***-Welle Angst gemacht wird. Die Vogelgrippe auch noch. Wie bitte? Die Vogelgrippe. Vogelgrippe, ja genau. H5N1 wird auch immer wieder angeführt. Also da werden alle möglichen Hebel in Gang gesetzt. Aber ich sehe auch gleichzeitig, dass man da noch ein bisschen zurückhaltend ist, weil offensichtlich lässt man da den einen oder anderen Testballon los, merkt aber, dass die Leute eben nicht mehr so wie beim letzten Mal mitziehen. Also ich kann mir wirklich im Moment nicht vorstellen, dass man hier in Berlin wieder neue Testzentren eröffnet und dass die Leute dann Schlange stehen, um so schnell wie möglich da diese Maßnahmen über sich hinzulassen. Also ich glaube, ich glaube, dass da also wirklich eine wesentlich geringere Bereitschaft besteht, mitzumachen. Ob das dann zum Aufstand führt, das weiß ich im Moment noch nicht. Aber es gibt andere Dinge, die die Leute bald dazu bringen werden, ihre Häuser zu verlassen und auf die Straße zu gehen. Wir sehen ja, dass der Lebensstandard der Menschen im Moment ganz drastisch gesenkt wird. Wir sehen ja auch, dass die Migrationsproblematik immer schärfer wird. Wir haben Vorfälle, so wie in England jetzt, wo in England also tatsächlich durch einen solchen Messerattacker auf drei junge Mädchen bürgerkriegsähnliche Zustände ausgelöst werden wurden. Also wir leben in einer Zeit, in der so viele Krisen zusammenkommen, dass man sagen muss, also ein Auslöser alleine wird es nicht sein. Es werden mehrere Auslöser sein und man muss wirklich befürchten, dass hier auch bald solche Zustände herrschen, wie sie im Moment in England herrschen. Okay. Und lass uns doch mal über die Justiz sprechen. Wenn, also bezüglich der RKI-Falls, da steht ja dann mehr oder weniger drin, wie, sagen wir mal, die Politiker uns auch belogen und betrogen haben. Wie kann es dann sein, dass trotzdem alle noch quasi in Amt und Würden sind und so tun können, als wäre nichts gewesen? Also und gefühlt auch jetzt keine Probleme dadurch bekommen. Der Hintergrund ist ganz einfach. Die parlamentarische Demokratie, die ist längst tot. Also wir haben die letzten drei Jahre ja erlebt, dass 200 Regierungen weitgehend im Gleichschritt da marschiert sind. Die haben alle die Lockdowns verfügt, haben alle die QR-Codes eingeführt, haben alle das Märchen vom großen Menschen gemachten Klimawandel weitergeführt. Also da besteht also eine Unterwürfigkeit, die es so früher nie gegeben hat. Und das hängt damit zusammen, dass die immer stärker abhängig sind eben von dieser Macht im Hintergrund. Und diese Macht im Hintergrund, in meinen Augen ist das ja der digital-finanzielle Komplex. Das sind die großen Vermögensverwalter der Wall Street, die inzwischen das gesamte Finanzgeschehen der Welt beherrschen. Also BlackRock und Vanguard beherrschen sämtliche weiteren acht großen Vermögensverwalter, sind also das größte Kartell, was es jemals im Finanzsystem gegeben hat. Und die großen, die Magnificent Seven im Silicon Valley, das sind Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta, Tesla und Nvidia, die beherrschen das ganze digitale Geschehen. Und das Interessante ist, dass die Vermögensverwalter gleichzeitig die größten Aktionäre, die Hauptaktionäre von sechs dieser sieben Konzerne sind. Da gibt es also eine direkte Verschwesterung und Verschwägerung dieser Dinger. Und dann muss man noch dazu sagen, dass BlackRock auch noch sein Finanzdatenanalyse-System Aladin, an dem alle großen Zentralbanken inzwischen hängen und von dem sie genauso wie die Großkonzerne auch abhängig sind, dass es das in die Asia-Cloud von Microsoft hochgeladen hat. Also es gab noch nie ein Kartell wie das aus diesen neuen Firmen, neuen Großkonzernen, das mehr Macht in der gesamten Welt ausgeübt hat als die. Und gibt es da auch zu, also Verstrickungen mit dem WEF dann? Ja, natürlich. Das WEF ist ja dafür da, die Kooperative und die politische Elite der Welt auszubilden. Also die ganzen großen Chefs da, also ob das Bill Gates ist, ob das Elon Musk ist, die sind alle durch die Schule der Young Global Leaders gegangen. In der Politik das Gleiche, ob das Angela Merkel war, heute Frau Baerbock hier in Deutschland, dann unser Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, alles Young Global Leaders. Dann haben wir in Frankreich Herrn Macron, in England hatten wir Rishi Sunak. Wir wissen, dass der neue englische Premierminister Keir Starmer auch ein Contributor, also ein Beitragender zur Agenda des WEF ist. Joe Biden gehört ebenfalls dazu. Interessant ist, dass da auf der ganzen Welt, also die gesamte politische Elite und die gesamte kooperative Elite durchsetzt ist mit diesen Leuten, die offensichtlich alle ihre gegenseitigen Handynummern haben, sich untereinander miteinander absprechen und offensichtlich immer noch einen sehr guten Draht zu Klaus Schwab im Hintergrund haben. Aber man muss auch sagen, es gibt auch einen Machtkampf in der Elite inzwischen. Wir haben ja jetzt gerade erlebt vor einigen Monaten, dass Klaus Schwab öffentlich beschuldigt wurde wegen Sexismus und Rassismus und dass diese Beschuldigung aus einer Ecke kam von lauter Medien, die in letzter Instanz von BlackRock kontrolliert werden. Und wir wissen, dass Larry Fink, der Chef von BlackRock, im Vorstand des WEF sitzt seit 2020 oder seit 2019, seit dem Sommer. Also da gibt es offensichtlich einen Machtkampf. Ich meine, meine Meinung zu diesem Machtkampf ist, dass sich Klaus Schwab zu weit aus der Defensive hervorgewagt hat mit seinem Buch The Great Reset. Also The Great Reset, das Buch hat doch ziemlich durchleuchten lassen, dass Herr Schwab im Vorhinein über die Pandemie mehr wusste, als ein normaler Mensch wissen kann. Und ich denke, das wird einigen Leuten da nicht gefallen hat, weil das Wesen des WEF über 50 Jahre war, dass es im Hintergrund die Strippen gezogen hat. Und das ist also dadurch diese Buchveröffentlichung durchkreuzt worden. Seitdem steht das WEF im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit und das gefällt den Leuten im Hintergrund offensichtlich nicht. Und kann, also dieser digital-finanzielle Komplex, hast du glaube ich gesagt, kann der dann auch dafür sorgen, dass Leute, zum Beispiel diese Young Global Leader, die führende Position in der Politik haben, dass die dann auch in einem sehr guten Licht dargestellt werden beziehungsweise geschützt werden, obwohl sie eigentlich den ganzen Tag oder den Großteil ihrer Zeit relativ viel Unfug treiben. Schaden anrichten, vor allem Schaden anrichten. Schaden, ja. Und quasi, es geht ja auch um Menschenleben. Ja, ja, aber was sind die großen Medien heute? Das sind die großen sozialen Netzwerke. Und in wessen Hand sind die? Die sind in der Hand der großen IT-Konzerne. Und wer sind deren Hauptaktionäre? Die großen Vermögensverwalter der Wall Street. Aber auch die klassischen Medien, also wenn wir jetzt die Zeitungen zum Beispiel sehen, ob das nun die New York Times in den USA ist oder die Washington Post. Die Washington Post gehört zum Beispiel niemand anders als Jeff Bezos, dem Chef von Amazon. Also da die über einen ganz direkten Einfluss auf die Meinung der Leute in der gesamten Welt, muss man sagen, inzwischen aus. Die können natürlich jeden hochheben und jeden in ein gutes Licht rücken. Und wir haben ja jetzt gerade gesehen, also wie die, welche Resonanz die haben. Wir haben ja jetzt gerade das große Gespräch da auf Ex zwischen Donald Trump und Elon Musk gehabt. und die haben ja allen Ernstes inzwischen bei den Wiederholungen auch über eine Milliarde Klicks generiert. Also da kann man sehen, wie interessant etwas ist, wenn es von diesen Plattformen da gehypt wird. Und Donald Trump ist genauso ein Systemling, genauso wie seine Gegenspielerin Kamala Harris. Also die Amerikaner, die werden in dem Glauben gelassen, dass da zwei feindliche Kräfte einander gegenüberstehen. Im Grunde arbeiten die beide dem digital finanziellen Komplex zu. Bei Trump kann man das sehr deutlich jetzt erkennen an der Wahl seines Vizepräsidenten J.D. Vance, der nichts anderes ist, als ein Instrument von Peter Thiel, einem der größten und bedeutendsten Menschen da im IT-Komplex, dem Chef von Palantir. Palantir ist der größte Berater sowohl des Pentagon, als auch des FBI, als auch der CIA, als auch der NSA, als auch der ukrainischen Armee, als auch der israelischen Armee. Also deutlicher kann man nicht machen, dass man sich dem digital finanziellen Komplex unterwirft, als dadurch, dass man diesen Menschen da zu seinem Vizepräsidenten macht. Was ich mich jetzt noch frage ist, selbst wenn deine These stimmt, also wenn die RKI falls eigentlich quasi noch düsterer aussehen für die Akteure, die da dabei waren, würde es was ändern in der Wahrnehmung? Weil wir hatten ja auch schon andere Plandemien und da waren ja ähnliche Akteure dabei, wie zum Beispiel Drosten, der aber dieses Mal wieder ganz normal schalten und walten konnte und dann überall in jeder Talkshow saß gefühlt und der Virologe des Landes war. Also würde es irgendwas verändern, wenn wir die komplette Wahrheit erfahren würden? Vermutlich in dieser Zeit nicht mehr. Also ich glaube, uns allen soll einfach nur gezeigt werden, ihr seid alles nur kleine Rädchen in einem großen Getriebe. Ihr habt in Wirklichkeit überhaupt nichts zu sagen. Also das wird den Leuten ja richtig suggeriert in letzter Zeit. Also wenn wir die Wahlen angucken in der letzten Zeit, zum Beispiel die Wahl in Frankreich, da hat die, das Rassemblement National hat zehn Millionen Stimmen gekriegt. Die Gegenbewegung, die linksgrüne Gegenbewegung hatte sieben Millionen Stimmen. Wer hat im Parlament die Mehrheit? Die linksgrüne Gegenbewegung. Also da wird den Leuten gezeigt, eure Meinung interessiert uns eigentlich einen Dreck. Wir setzen die Leute ein, die uns im Moment nützen und das sind im Moment gerade die anderen. In England haben wir jetzt eine Abwechslung gehabt. Da ist Rishi Sunak aus völlig freiem Willen angeblich zurückgetreten und hat Kier Stahmer den Weg geebnet. Beides sind Leute vom WEF und Kier Stahmer ist nur eingesetzt worden, weil es klar war, dass es in England jetzt große Unruhen geben würde. Und diese Unruhen, die werden jetzt mit Kier Stahmer verknüpft, sodass Kier Stahmer irgendwann, wenn er dann völlig abgewirtschaftet hat, wieder durch Rishi Sunak ersetzt werden kann, der dann genau das durchsetzen wird, was er vorher nicht so einfach durchsetzen konnte, nämlich die größten Austeritätsmaßnahmen, die es jemals in England gegeben hat. Beispiel dafür ist Herr Milley in Argentinien. Milley in Argentinien führt im Moment das härteste Austeritätsprogramm durch, das es jemals in Argentinien gegeben hat, vergleichbar mit dem, was in Griechenland angerichtet wurde. Okay, klingt jetzt alles ziemlich, wie soll ich sagen, deprimierend. Also, das heißt ja eigentlich, wir müssen uns selber um alles kümmern, also wir müssen selber in die Eigenverantwortung gehen, wir müssen uns selber die Informationen holen, selber recherchieren, uns selber um unsere Gesundheit kümmern, auf verschiedensten Bereichen und mehr oder weniger alles, was wir so aus dem, sag ich mal offiziell, aus den Mainstream-Medien und auch von den Politikern gesagt bekommen, da müssen wir davon ausgehen, da stehen eher andere Interessen im Hintergrund und nicht, sagen wir mal, das Wohl der Gesellschaft. Ja, das sehen wir ja im Moment. Also, wir sehen ja, dass zum Beispiel bei den Nachwirkungen der gesundheitlichen Maßnahmen, die da vor zwei, drei Jahren getroffen wurden, dass da überhaupt nicht geforscht wird und dass da die Leute auch überhaupt nicht gewarnt werden, dass denen, die da als Opfer jetzt im Moment mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, dass denen niemand beisteht, sondern die werden sogar noch offen diffamiert. Also, wenn ich sehe, dass Lernzeit heute veröffentlicht, dass 1,8 Millionen Menschen gerettet wurden und kein Wort darüber verliert, dass so und so viele Menschen aufgrund dieser Maßnahmen jetzt größte gesundheitliche Schwierigkeiten haben, dann weiß ich doch, dass dieses Medium mit den ursprünglichen Absichten, die im hippokratischen Eid da mal festgehalten wurden, nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun hat. Also, wir müssen sagen, wir leben wirklich in einer Eiszeit, in einer gefühlsmäßigen, in einer emotionalen Eiszeit und in dieser Eiszeit kann ich jedem wirklich nur empfehlen, sich gut zu vernetzen mit Gleichgesinnten, möglichst den Kopf nicht in den Sand zu stecken, sondern einfach sich immer wieder ins Gesicht zu rufen, das, was mir auch immer wieder den meisten Mut macht, wenn ein System in zu wenigen Händen zu viel Macht konzentriert, dann beginnt dieses System zu zerfallen. Und genau diesen Zerfallsprozess erleben wir jetzt im Moment. Also, die Mächtigen, die greifen im Moment zu immer drastischeren Maßnahmen, die versuchen gar nicht mehr zu verschleiern, was sie machen. Die lügen uns dreist ins Gesicht und das ist meistens ein Zeichen dafür, dass sie in großen Schwierigkeiten stecken und die Elite im Moment steckt in großen Schwierigkeiten. Also, unser Geldsystem ist am Ende, muss durch ein neues ersetzt werden. Alle Großversuche zu dem neuen Geld sind bisher gescheitert. Die wissen nicht genau im Moment, wie sie uns das neue Geldsystem aufs Auge drücken können. Sie wissen aber, dass sie dazu zum Beispiel uns alle biometrisch erfassen müssen. Sie wissen aber auch, dass nach der Corona-Krise viele Leute da sehr kritisch sind, sehr kritisch im Umgang gerade mit QR-Codes. Also, die haben große Probleme und solche Zeiten wie die, in der wir leben, das sind Zeiten, in denen es riesige Probleme gibt, aber auch sich riesige Chancen eröffnen. Diese Chancen sieht man nicht gleich am Anfang. Diese Chancen sieht man nach und nach erst und deswegen ist es so wichtig, da einfach standhaft zu bleiben, jetzt durch diese Zeit durchzugehen und dann anschließend diese Chancen wahrzunehmen. Ja, lass uns gleich über die Chancen sprechen. Ich habe noch eine, sage ich mal, juristische Frage. Also, gehen wir davon aus, dass verschiedene Politiker gelogen, betrogen haben, Sachen verfälscht, dargestellt haben, obwohl sie es besser, eigentlich besser wüssten und so viele Menschen leben auf dem Gewissen haben. Es kann, aber man kann davon ausgehen, dass sie jetzt eigentlich keine großen Strafen zu erwarten haben und wenn, vielleicht ist es dann eher so, dass einer eine Strafe bekommt, die dann wie so ein Bauernopfer ist sozusagen, oder damit dann der Pöbel befriedigt ist, kann man das so sehen? Es wird irgendwann einen riesengroßen Crash geben, wenn der kommt, dann passiert das, was in Griechenland passiert ist. Dann werden die Banken schließen, dann werden die Bankautomaten sehr schnell leer sein und man wird nicht an Geld kommen und dann ist natürlich Cash sogenannter King. Dann würde ich den Leuten sagen, sie sollen auf keinen Fall den Banken trauen. Wenn bei uns Banken in Schwierigkeiten geraten, dann können die auch mit dem Geld von Einlegern und Anlegern gerettet werden. Wir haben im Moment noch diese uns vorgegaukelte Sicherheit von 100.000 Euro. Die ist in der Euro-Krise vom IWF damals und von der EU bereits in Gefahr geraten. Also die haben das damals schon anzweifeln wollen, wollten den Betrag schon senken. Also man sollte sich nicht sicher sein. Bei den Lebensmitteln sehen wir im Moment eine Inflation, die wesentlich höher ist als die Inflation, die uns insgesamt vorgegaukelt wird. Also ich weiß, sehr viele arme Familien geben unendlich viel mehr für Lebensmittel aus als nur 10% ihres Einkommens. Und da ist man natürlich dann sehr hart betroffen davon, wenn die Lebensmittel so durch die Decke gehen, wie es jetzt im Moment tut. An dieser Stelle ist das Video auf YouTube zu Ende. Es geht aber noch weiter. Wir haben noch eine knappe Viertelstunde vor uns. Aber auf YouTube darf man leider gerade auch in diesem Gesundheitskontext nicht mehr alles zensurfrei aussprechen. Deswegen findet ihr das komplette Video in voller Länge unzensiert und natürlich 100% gratis auf einer anderen Plattform. Und den Link zum kompletten Video, den bekommt ihr, wenn ihr hier unten auf den ersten Link in der Videobeschreibung klickt. Dann könnt ihr das Ganze sofort abrufen. Ja, da gibt es noch einiges Spannendes zu erfahren. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder im kompletten Video. Bis dahin, euer Sören. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.